Meine Damen und Herren, es ist mal wieder vorbei. Herzlich Willkommen für heute in einer neuen Episode. Hilf mir mit Luca. Oh mein Gott, kann ich schlecht singen. Wir schauen uns heute gemeinsam die neue Hilf mir Folge Lebensmittel machen mich geil an. Ja, bevor wir uns in das cinematische Meisterwerk reinstürzen, werfen wir mal kurz noch mal einen Blick in die Kommentare. Regisseur, wie stark soll deine Karriere zerstört sein? Schauspieler, ja. Ich verspüre die Lust mit einer Schere seine Haare zu schneiden. Luca, wo bist du? Wir brauchen jemanden, der klatscht. Hilf mir, Lars. Wie cringe kannst du sein? Lars, gerne. Die Augenbrauen von dem Mädchen sind dünner als die Äste in meinem Garten. Ich glaube, ohne Witz, das ist die cringeste Folge, die Hilf mir jemals gemacht hat. Und ja, so nenne ich auch mein heutiges Video und wir starten mit der Folge. So Jungs, da ist das Buffet. Hier werden wir unsere leckeren Sachen aufbauen. Es ist heute eine Veranstaltung vom Kaninzenzuchtverein. Die feiern heute ihr Jubiläum. Okay. Das sind ganz, ganz wichtige Kunden. Wir haben ganz, ganz viele Veranstaltungen. Gekochtes Ei mit Kräutern. Waren das gerade die Gedanken von dem da? Ich glaube mal, dass das Lars ist. Wir hatten ja zu Beginn bei den Kommentaren eine Person, die geschrieben hat, ich verspüre die Lust, ihm die Haare zu schneiden. Und ich glaube mal, dass damit er gemeint ist. Was ist mit dir los? Alles in Ordnung? Ja. Alles gut? Alles gut. Du siehst mir aber so ein bisschen kaputt aus, mein Lieber. Mhm. Okay, du trappierst hier schön die Platten. Mhm. Dekorierst alles schön, weil es gehört auch dazu zur Ausbildung. Mhm. Muss auch gelernt sein. Ja, okay. Okay. Ganz kurzer Zwischenstand. Das ist Lars. Und Lars ist wohl der, den Lebensmittel geil machen. Was man halt dem Titel schon entnehmen konnte. Und er soll jetzt bei diesem Kaninchenzuchtverein diese... B-B-Fee-K... äh... Ei-Ei-Schnittchen-chen... B-B-B-B-T-Hä? Lars scheint eine ausgeprägte Libido und eine ziemlich skurrile s*** Vorliebe für Lebensmittel zu haben. Aha. Der Fachbegriff hierfür lautet Zitophilie. Wenn er sich so stark von Lebensmitteln angezogen fühlt, würde ich ihm raten, den Job zu wechseln, da es sonst möglicherweise zu Problemen kommen kann. Wenn ich... Halt einfach dein Maul! Ähm... Boah, war das geil. Äh... Wo bist du? Äh... Ah... Nee! Das sind doch nicht Eierschalen! Der... Der hat jetzt Eierschalen aus... Ey, das ist ja... Menschlich gesehen ziemlich... Zitophilie. Ah... Wo stehst du denn immer noch? Was ist denn das? Die vorherige Aktion erregt Lars so stark, dass er Probleme hat, seine Erektion wieder loszuwerden. Seine heimliche Leidenschaft, die er verständlicherweise vor seinem Chef und seinen Kollegen verbirgt, sorgt so an seinem ersten Arbeitstag schon für erhebliche Einschränkungen. Ich würde mir am liebsten dieses Ding... Äh... Warum habe ich mir überhaupt so Schlagzeugsticks bestellt? Oh mein Gott, ich wollte nur noch hoch sein! Oh, wow! Was willst du denn hier veranstalten? Äh... Naja, ich hatte doch Probleme mit dem Kreislauf, haben sie doch gesehen, und ich dachte, mitten so ein paar Übungen geht das wieder weg. Bist du aber zum Arbeiten hier und nicht zum Sporttreiben? Ja? Ja, aber ich dachte, ich könnte nachher wieder weiterarbeiten, so bin ich nachher besser. Ja, aber so wie du aussiehst momentan, also nee, dann machst du für heute Feierabend. Okay, der Lars macht Feierabend. Aber der ist doch gerade in seinem Lustparadies, da mit den ganzen Eiern mit Kräutern und so. Was machst du denn schon zu Hause? Ist das seine Mutter? Müsstest du nicht auf Arbeit sein? Sag mal... Wie siehst du denn überhaupt aus? Okay. Der Lars wohnt also anscheinend noch zu Hause bei seiner Mutter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die reagiert. Ich möchte doch nur, dass du dein Leben auf der Reihe kriegst und endlich mal alleine das schaffst und was Tolles aus dir wird und... Ich verstehe den Kommentar immer mehr, von wegen, dass man ihm die Haare schneiden will. Er sieht halt ein bisschen aus wie so ein Wischmob, ne? Ich sag das ja an jeder Hilfe-Reaction von mir und ihr seid ja auch mittlerweile schon leid. Allerdings möchte ich es auch heute wieder sagen, denn alle meine Kommentare, die ich hier irgendwie ablasse, sind weder beleidigend gemeint, noch persönlich sollen irgendeine Person attackieren, diffamieren, whatever. Ähm, ich kenne die ganzen Leute hier nicht persönlich, ich bewerte nur die geschauspielte Rolle. Und dieser Lars, also diese geschauspielte Person, ist halt ne extrem peinliche Person. Wo ich allerdings gerade schon dabei bin, ein bisschen was zu erzählen, ähm, wollte ich euch noch ganz kurz sagen, dass dieses, nicht T-Shirt, also das gibt's auch zu kaufen im Luca-Shop, aber das hier, das ist ja der Podcast von Sandra und mir, dick und doof. Da jeder gerade nur zu Hause rumsitzt, haben wir uns gesagt, dass wir ab jetzt tägliche Podcast-Folgen rausbringen. Also die Donnerstags-Folge, die 45 Minuten lang ist, bleibt bestehen und an jedem anderen Tag kommt ne kurze 15-20-Minuten-Live-Update-Folge von Sandra aus Bielefeld und mir aus Köln. Wir telefonieren dann und nehmen das zusammen auf und jetzt gerade ging sogar schon die erste Folge online, also schaut mal in der Beschreibung vorbei, folgt uns bei Spotify, whatever und jetzt schauen wir uns weiter die Folge an. Lars scheint zu Hause bei seiner Mutter nicht viel zu melden zu haben. Das ist jetzt nicht wahr. Die setzen hier die Therapeutin hin und hier steht er und streichelt ein Chirbatabaguette oder was? Na, wenn der Schatz mich hier sieht, ich müsste eigentlich zu Hause sein, im Bett liegen, ich krieg ne riesen Ärger, wenn der mich sieht. Wer krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist, ist nicht bewegungsunfähig. Es ist einem allgemeiner Rechtsirrtum zu glauben, dass man das Haus nicht verlassen darf, nur weil man... What? Im Ernst? Oh mein Gott, okay, das ist das erste Mal, dass mir so ne Hilf mir Person da wirklich was beigebracht hat. Ich bin mal gespannt, wo die hingehen. Hey, dann, du meinst? Das wäre ja krass, wenn jetzt in irgendeinem Lebensmittel... Oh, Eiskaffee. Ich hab's mir schon gedacht. Ich dachte erst, die gehen jetzt auf irgendeinen Wochenmarkt oder so und der kommt gar nicht klar. Aber Eiskaffee wird, glaub ich, jetzt auch kritisch. Lass uns woanders hingehen. Wer sagt denn, dass wir wegen Eis hier sind? Ich hab so eine Überraschung für dich. Ja, ich versteh... Oh mein Gott! Sie will für ihn ne Freundin suchen? Ey, das... Das... Ach! Okay, das ist die mit den Augenbrauen, die so dünn sind wie die Äste bei dem einen Kommentarschreiber im Garten. Mama... Das ist oberpeinlich. Was ist das? Also, mal dir deine Augenbrauen auf, wie du möchtest. Aber das... Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn man so ein böses Gesicht malen sollte. So einen bösen Smiley. Da malt sie ja auch einfach nur so zwei Augen und so zwei Striche. Sie ist so ein Smiley. So ein böser Smiley ist sie. Wieder überhaupt nicht böse gemeint. Wenn man es mag, dann... Ne? Genau. Hallo, Sina. Das ist ja komplett Fremdscham hier gerade. Okay, ich stimme meinem Titel und dem Kommentar, der... Ich dann auch. Ja, reicht. Oh, okay. Jetzt nimmt der Lars auch einen Eisbecher. Und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen kritisch, weil Eis ja wegen Lebensmittel, ne? Das Gedicht war auch so süß, was du mir geschrieben hast. Warte, wie ging das nochmal? Sina, du bist so prima, deine Augen leuchten wie die Sterne, genau und auch aus der Ferne. Ich find das so süß. Oh mein Gott! Was schau ich mir an? Moni sich im Internet für ihren Sohn ausgibt, ist zwar moralisch bedenklich, in rechtlicher Hinsicht, bleibt es aber folgenlos. Aha. Es handelt sich um eine Lüge, durch die niemand zu Schaden gekommen ist. Alles klar. Die Moni. Die will doch nur, dass der Lars mit der Sina ein bisschen Äste aufsammelt im Garten. Ich brauche hier so einen Kotzeimer. Ich muss euch die Szenen hier gerade komplett sensieren, weil er da seinen Bauch einreibt mit Eis. Dekoriert ihr das einfach so schön. Oh, jetzt ist er wieder zurück bei der Arbeit. Boah, was ist das denn dazu in der fette Tonne? Die zermatscht dich ja. Hey, was ist das für eine Folge? Jetzt kommt schon wieder der komische Sound. Melone. Melone. Melonik, Melonik. Melone, Melone. Oh. Jetzt, was machst du da? Oh. Irgendwie finde ich die Folge nicht mehr nur cringy, sondern irgendwie auch so ein bisschen gruselig verstörend. 12 Sekunden später. Vorbei! Gut. Das ist... Oh nein, es gibt doch nicht... Es gibt einen zweiten Teil.